Hallo und herzlich willkommen zu einer weihnachtlichen Ausgabe meiner Münzbetrachtungen. Ich hoffe, dass ihr eure Weihnachtsvorbereitungen pünktlich abgeschlossen habt und nun Zeit habt, euch, eure Familie, Freunden und natürlich auch eurem Hobby zu widmen. Zumindest in Deutschland gibt es dazu passend auch numismatisch Anlass. Seit nunmehr drei Jahren gibt die Bundesrepublik Deutschland besondere Münzen mit Weihnachtsmotiven heraus. Besonders sind diese Münzen zum einen durch ihr Nominal, 25 Euro, als auch durch das Prägeverfahren. Sie werden nämlich auf der Bildseite als Schüsselprägung hergestellt. Die Schüsselprägung bietet die Möglichkeit, dem Motiv noch mehr Tiefe zu verleihen. Also packen wir es an und entdecken die Münze. Beginnen wir mit dem historischen Hintergrund. Der Name Schwibbogen würde heute wahrscheinlich hochdeutsch als Schwibbogen bezeichnet. Dieser Begriff stammt ursprünglich aus der Architektur und beschreibt horizontal verlaufende Bögen, entweder zwischen zwei mittelalterlichen Gebäuden oder auch in Mauern als Durchlass. In Österreich werden diese Bögen auch aus Tannenzweigen und Blüten, die an den Wohnungen frisch vermählter Paare aufgestellt werden, so bezeichnet. Sie werden als Glücksbringer angesehen. Schwibbogen als Weihnachtsdekoration gibt es im Erzgebirge wahrscheinlich seit etwa Mitte des 18. Jahrhunderts. Dort wurden sie aus Eisen geschmiedet und mit Kerzen versehen insbesondere von den Bergleuten im Erzgebirge hergestellt. Der älteste erhaltene Schwibbogen stammt aus dem Jahre 1740 und befindet sich in Johann-Georgenstadt. An dem Gestaltungswettbewerb für diese Münze nahmen elf Künstlerinnen und Künstler mit insgesamt zwölf Entwürfen teil. Die entscheidende Sitzung fand am 21. Oktober 2022 im Gebäude des Bundesverwaltungsamtes in Berlin statt. Es ist sicherlich auch wert, nicht nur den Siegerentwurf zu betrachten, sondern auch den Zweit- und Drittplatzierten. Alle drei weisen unterschiedliche Herangehensweisen an das zentrale Motiv aus und sind alle drei sehr schön ausgearbeitet. Den Zuschlag erhielt letztlich Reinhard Eiber aus Feucht, der zwei sehr unterschiedliche Entwürfe eingereicht hat. Ich finde, dass die Auswahl durch die Jury bei der Betrachtung der beiden doch recht unterschiedlichen Entwürfe nachvollziehbar ist. Der Siegerentwurf wirkt deutlich strukturierter und aufgeräumter. Bei dem umgesetzten Entwurf erhebt sich der Schwibbogen als Halbkreis mit einer horizontal verlaufenden Sekante als Basis aus der Schüssel. Auf dem Bogen sind zehn brennende Kerzen auf ihren Halterungen dargestellt. Dieses symbolisiert Licht, das möglicherweise für die Bergleute des 18. Jahrhunderts von Bedeutung war, weil gerade im Winter ihr Arbeitstag es kaum zu leist, dass sie das Tageslicht erblickte. Auf der Basis unter dem Bogen ist zentral und die Völlerhöhe des Bogens ausnutzend ein von Wald umgebendes Fachwerkhaus dargestellt. Die Tannen wirken dick verschneit, der Waldcharakter wird durch verschiedene Tiere wie ein Reh, einen Vogel, ein kleines Tier, das nicht eindeutig zum Beispiel als Katze zu identifizieren ist unterstrichen. Diese Darstellung drückt viel Ruhe und Friedlichkeit aus. Auf allen Veröffentlichungen wird das Haus mit seinen Fächern und Zimmern mit spiegelndem Hintergrund dargestellt. Bei der hier gezeigten Spiegelglanzausführung ist der Hintergrund im Haus komplett mattiert. Damit hebt sich das Haus noch deutlicher aus dem Spiegel heraus. Das hat aber auch einen Nachteil, weil die Motive innerhalb des Hauses nicht so deutlich abgegrenzt sind, wie auf den Vorabveröffentlichungen zu sehen. Im Erdgeschoss des Hauses werden zwei Stuben dargestellt. Das Motiv der linken Stube ist nicht ganz eindeutig. Reinhard Eiber, der Designer dieser Münze, beschreibt diese Szene als eine Frau bei der Handarbeit. Man kann aber auch in der linken Stube ein Krippenmotiv mit der rechts neben der Krippe sitzende Maria erkennen, links daneben eine weitere Figur, ein Kind oder möglicherweise einer der Hirten, die als erste die Krippe aufgesucht haben sollen. Zudem schwebt unter der Decke der Stern von Bethlehem als Wegweiser. Also lässt diese Münze erheblichen Interpretationsspielraum. In der rechten Stube steht ein Weihnachtsbaum auf einem niedrigen Tischchen. Daneben eine Figur, die dem Baum mit Kerzen zu schmücken scheint. Zwei Kerzen oben sind offensichtlich schon angebracht. Eine weitere ist in der Hand der Figur zu erkennen. In der Sechs-Uhr-Stellung am Unterrand der Münze befindet sich eine weitere Figurengruppe, bestehend aus zwei Bergleuten der traditionellen Tracht. Auf dem Boden zwischen ihnen steht anscheinend eine Laterne mit dem bergmannischen Symbol aus Hammer und Schlägel. Darüber halten die beiden Bergleute ebenfalls in einem begrenzten Bogen zwei gekreuzte sächsische Kurschwerter. Diese Szene ist beidseits von je einem Stern eingerahmt. Daran stießt sich eine in serifenfreien Majuskeln ausgeführte Umschrift an, die textlich das Motiv erzgebirgischer Schwibbogen wiedergibt. Rechts unterhalb des Bogens vom Schwibbogen steht die Künstlersignatur in die in Großbuchstaben ausgeführte Buchstabenkombination RE. Sie steht für Reinhard Eiber. Reinhard Eiber, 1953 im Markt Redwitz geboren, ist studierter Bildhauer und war zuletzt Leiter der Studienwerkstätte der Nürnberger Akademie. Er tritt hiermit erstmals als Gestalter einer bundesdeutschen Münze auf. Der Rand der Münze ist spiegelnklatt. Ich erspare euch daher die bildliche Darstellung dieses Randes. Die Wertseite folgt grafisch der Gestaltung der Bildseite. In der oberen Hälfte schwebt der Bundesadler mit gespreizten Schwingen. Er nimmt fast denselben Raum ein wie auf der Bildseite das Hauptmotiv. Das Bogenmotiv der Bildseite wird hier von den oben im Halbkreis angeordneten zwölf Europasternen zusätzlich aufgenommen. Der Adler schwebt hier auch nicht in der Luft, sondern über einem Sockel, der aus der zweizahligen Nationalitätenangabe Bundesrepublik Deutschland besteht. Im Gegensatz zur Bildseite ist die Wertseite von einem erhabenen Randstab umsäumt. Auf der 6 Uhr Stellung unten befindet sich sehr klein ausgeführt das Münzzeichen G für die staatliche Münze Baden-Württemberg, Standort Karlsruhe. Darüber deutlich größer das Nominal 25, eingerahmt links von der Eingabe des Ausgabejahres und rechts der Währungsangabe Euro. Diese beiden Angaben wirken deutlich kleiner als das Nominal. Gestalterisch ähneln sie auch hier der Abbildung der Bergleute auf dem Unterrand der Bildseite. Die Münze wird in Feinsilber geprägt. Sie wurde am 29. November 2023 ausgegeben und lediglich in der Münze Karlsruhe hergestellt. Laut Prägestatistik liegt die Auflage in Spiegelglanz bei 55.000 Exemplaren. In der Stempelglanzversion erreicht sie 655.000 Stück. Das ist schon eine enorme Zahl, die sicher eine Wertentwicklung nicht besonders befeuert. Der Erstausgabepreis für die Spiegelglanzmünze liegt bei 49,95. Der Handel verlangt dafür eher 55 bis 60 Euro. Die Stempelglanzausführung ist bei Banken zum Nominal zu bekommen. Ebenso bieten auch etliche Händler vorübergehend die Münze zum sogenannten Tauschpreis an. Die Preisvorstellungen für diese Variante geben aber auch bis ca. 33 Euro hoch. Als Feinsilbermünze entspricht ihr Silbergehalt dem Münzgewicht, also 22 Gramm. Bei einem Silberpreis von der Zeit im Stand Dezember 2023 in Höhe von 71 Cent pro Gramm entspricht das einem aktuellen Silberwert von 16,62 Euro. Wer also über die Entwicklung des Silberpreises einen Wertzuwachs erwartet, wird sich sehr, sehr lange gedulden müssen. Dennoch wird der Erwerb dieser Münze mit großer Wahrscheinlichkeit kein Verlust. Das Nominal 25 Euro ist staatlich garantiert. Damit liegt der Verkaufspreis knapp 9 Euro über dem Materialwert. Das entspricht einem Schlagschatz von ca. 45%. Der Kreis der potenziellen Interessenten dürfte bei dem Thema Weihnacht und der Auslieferung in einer Kapsel mit Aufhänger groß sein. Also ist nicht zu erwarten, dass der Marktpreis unter den jeweiligen Verkaufspreis einbrechen wird. Selbst bei der Stempelglanzausführung wird man sich aber lange gedulden müssen, bis der Materialwert den Einstandspreis überschreitet. Für die Spiegelglanzausführung dürfte die Prognose einer Wertentwicklung über den aktuellen Kaufpreis hinaus noch problematischer aussehen. Allein der Erstausgabepreis liegt schon um fast 100% über dem Nominalwert und gut dreimal über dem Ausgabepreis. Bei diesem Preis ist es eher unwahrscheinlich, dass Gelegenheitssammler diese Investition tätigen. Also bleibt der Markt der Münzsammler und dort speziell bei denen, die die höchste präge Qualität sammeln. Wer auf eine Wertentwicklung von Silber setzt, wird sich noch länger gedulden müssen. Eine Preissteigerung von etwa dem Dreifachen ist in absehbarer Zeit wohl kurzfristig kaum zu realisieren. Ja, und damit soll es mit dieser Münzvorstellung gewesen sein. In 14 Tagen folgt zum gewohnten Zeitpunkt noch ein Nachzügler aus dem Jahr 2023 und damit haben wir dann das Jahr komplett vorgestellt und freuen uns schon auf die Neuheiten, die uns 2024 erwarten. Ihr habt sie euch ja in dem letzten Video schon als Vorschau ansehen können. Daher wünsche ich euch jetzt eine gesegnete Weihnacht und einen guten Rutsch in ein frohes, glückliches und insbesondere gesundes neues Jahr. Bis dahin, danke für euren Besuch und alles Gute, euer Sammlerfreak.